Da ist sie, die beste Hütte im ganzen Südviertel. Ich bin aber nicht mehr alleine. Hier sind fröhliche Community-Member-Mips-Spielen. Es sind glaube ich schon fünf anderen, die anderen sind wahrscheinlich ausgeknipst. Aber gut, hier sind wir. Ich habe gerade Honig rausgeholt und ich habe gestern Abend noch mal, gestern Abend tatsächlich, heute morgen mir ein bisschen Fleisch gebraten. So, wir machen uns jetzt mal die Hacke folgendes. Und zwar, um die Spitzhacke zu bekommen, muss ich diesen Boss legen. Da war ich in der allerersten Folge, war ich auch in diesem Altar, könnte ich erinnern. Und da muss ich noch mal hin. Und durch den kriege ich dann die Spitzhacke. Ich hätte den wahrscheinlich niemals getötet, hätte ich das nicht gewusst. Als erstes brauchen wir jetzt erstmal Holz noch mal. Holzer. Ich glaube, das ist unser, das ist ein gutes Ziel. Ja. Tatsächlich. Ich glaube, den Baum lasse ich stehen, oder? Der ist hübsch. Oh, der ist ein Rehe. Ich muss mal, ich muss mir auf jeden Fall neue Rüstungen bauen. Yeah, in den Allerwertesten. Oh, noch mal getroffen. Komm her, mein schönes Lederstück. Oh, die Nachbarn. Ich brauche Salz. Was zur Hölle. Hier ist dein Salz. Ich hasse meine Nachtbahn. Ja, aber es ist sehr cool. Also, ich habe mich halt versucht, nicht zu sehr zu spoilern. Also, ich habe jetzt nur geguckt, was ich machen muss, um die Spitzhacke zu bekommen. Und das war halt ein Boss töten. Gab's auch noch nicht. Machen wir das. Das ist sogar sehr nah an das Ziel. Und ich muss dafür aber noch mal zurück in den Spahn. Super, oder? Das wird eine Odyssee, Leute. Aber ich hoffe, sie haben Präsente bereitgehalten. Und Trompeten und Verfahren. Ich, der große, der heilige, super Einsiedler. Ja. Aldemar, der großartige. Oh, was? Die ist ja bis hierhin geflogen. Das ist ja lustig. Und da ist ein Schweinchen. Also, mit dem mit dem Floß segle ich bestimmt nicht bis dahin. Ich überlege, ob ich mir Zaun mache und versuche, die zu domestizieren. Komm, die sind doch gerade hier so nah. Das wird doch echt hohl, wenn ich das nicht machen würde. Wie nah kann ich das machen? Oh, guck mal. Ah, lol. Pass auf. Füllholz kostet das. Keine Werkbank da. Okay. Kein Problem. Ich darf mich jetzt nicht angreifen. Ich locke ihn da rein und mache zu. Ich will der erste Schweinebesitzer sein. Oh, das ist ein Eber. Können dann beide. Hier. Hier rein. Bitte abbiegen. Dankeschön. Hier rein. Hallo. Monsignore. So, dann nehmen wir uns mal kurz den Hammer. Ne? Wieder reinkommen, bitte. Aua. Ich kann nicht beide drin halten. Das gibt es doch nicht. Jetzt. Achtung. Ja. So kann man auch domestizieren. Nimm das hier, blöden Schweinchen. Nein. Nicht meine schöne. Oh. So. Nein, 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 nein. Ich geh mal weg. Hab ich noch... Scheiße, ich muss mich beeilen. Komm schon, komm schon, komm schon. Äh, Pilze. Pilze, Bären. Die dürfen mich nicht sehen. Oh, jetzt nicht. Okay, okay. Das ist gut, das ist gut. Die haben aufgehört zu randalieren. Okay. Ja. Ja. Ja, geil. Hier ist ein Bärchen, Alter. Guck mal, so ein Bärchen. So und so. Ich weiß nicht, ob die Himbeeren zählen. Scheiße. Ich geh wieder weg. Ich hab Schweine zu zähmen. Ich hab Schweine zu zähmen. Ob ich's immer wieder dahin werfen muss? Das ist Helga und Bernd. Zählen hat... 4% Okay Das dauert wahrscheinlich ewig Okay, dann lassen wir die da mal Ich baue mir jetzt mal die Hacke Aber jetzt habe ich wahrscheinlich kein Holz mehr, ne? Super Thank you really much Dear Traveller For this nice tip Ein Freund hat mir den Tipp mit den Schweinen gegeben Sehr gut Holz hinzufügen So, wie viel brauchen wir denn dafür? Ruhe uns Oh, Lederhelm Ach komm, machen wir uns den mal Scheiß drauf Geil Ich werde gar nicht so, wie ich das Messer brauche noch Vielleicht kann ich damit große Ledersachen zerschnipseln, aber Eins können Lederschnipsel haben wir nicht mehr Zwei Steine Alter, ich brauche schon wieder Steine Das kann doch nicht sein Boah, Alter, wie viel Honig Ich muss eigentlich noch so ein Bienending bauen Ich habe ja zwei Bienenköniginnen Zwei Bienenköniginnen Oh ja, da sind noch 21 Steine Oh ja, da sind noch 21 Steine, ich wusste das doch Aha, Boden erhöhen, befestigen Es gibt auch Wassergräben und so, ne? Alter, dieses Spiel Rehumhang Ach, siehst du, wir brauchen noch mehr Rehaut Ne, warte mal, ich habe noch Rehaut Und Karotten müssen wir einsäen Brauche ich jetzt mal ein Schild? Turmschild oder ein normales Schild? Oh, geil Auf jeden Fall, das hier Das hier, Alter Ne, warte, erstmal zuerst Hacke Entschuldigung Nein, habe ich schon gebaut Habe schon gebaut, habe ich vergessen Entschuldigung Oh, mein Herz Rehaut habe ich doch aufgehoben gerade Ach, Schnipsel habe ich aufgehoben Warte, wir haben so viel Schnipsel Was wollte ich nochmal mit den ganzen Schnipseln machen? Ähm Ach ja 15 Feuersteine Das machen wir zuerst Entschuldigung Okay Ich weiß Ich darf hier nicht schon wieder Sachen vergessen Upgrade Immerhin besser als nackt zu sein Und was heißt das? Upgraden? Qualitätsalumtes Hemd auf 2 verwässern Aber wir können doch direkt uns so einen Rehumhang bauen oder so Wir brauchen aber dafür Knochen Ach so, shit Shit, Frau Schmidt Lederhosen, Lederhemd Aha, guck mal hier Lederbrustpanzer Entschuldigung Lederhosen Ach schrub Lederhosen Und noch schöne Lederhosen Geil So, jetzt brauchen wir nochmal Holz fürs Schild Geil Guck mal Schnicke sieht mir aus Ey Mugin ist wieder da Die Swerg ist schon eine Landwirtschaft für Wende Man könnte sagen, dass wir dann haben wir perfekt ergänzt Schön ist, dann soll man ein Terrain Okay Ja, aber ich meine, das habe ich hier schon Geh jetzt mal nochmal zu uns Ein Schweinchen Meine Schweinchen, du Schwein Guckst du blöd, ne? Dreckiger Baumlappen 20% Oh Leute Und dann habe ich schon Männlein und Weiblein Ob das so wichtig ist, das weiß ich halt nicht So, jetzt erst mal Hacke ausprobieren Terrain erheben und senken Das ist ja nur unsere Anfangshütte, aber Alter, ja Das Spiel hat schon so viele Preise gewonnen Kann ich auch ne Kann ich ne Höhle bauen? Ne, es geht einfach nur auf ein Level, ja? Auf dem Level, auf dem nächsten Oder so Bauen, entfernen, platzieren Maus 3, entfernen Warte mal Wo kann ich denn jetzt Samen einpflanzen? Einebnen Im Nachhinein Einebnen Geil Gut, es ist jetzt nicht so eben Ah Befestigen Was ist befestigen? Erhöhen Einebnen Befestigen Mal gucken, wie ich Karotten einsäen kann Anwenden Anwenden auf Ja, da ist nix Hö, ha, hö Vielleicht hier Aber wo ist der Unterschied Bei befestigen und einhebnen? Äh Rotieren Okay, gut Zu wissen ja Ich guck mal gleich nach Ich mach das gleich, ja? Es gibt Oh, nein Nicht PvP anmachen Dieser Wildschweinkopf Wurde sicher Eine feindlich kurze Nur im Haus geben Da müssen wir mal gucken, wie das geht So Aber gehen tut es mittlerweile immer noch nicht, ne? Kann ich es vielleicht aus dem Inventar irgendwo hinziehen? Hö, hö Das tue ich mal hier rein Jetzt können wir in so eine Truhe am Spawn schieben Nach der Folge kann ich direkt nachfragen oder nachlesen Keine Sorge Wir sammeln jetzt nochmal ein bisschen Holz Und gucken immer wieder nach unseren Schweinchen Äh, denn Ich würde gerne sicher gehen Ich würde gerne sicher gehen, dass es denen gut geht Ich hoffe, ich kann die auch irgendwo anders dann hinbringen Ja, voll da drunter Hä, ha, ha, ha Hör mal hier Das Ding weg Das schlägt mich Nicht zurückrollen Ich habe gelernt Ich würde gerne jetzt auch Warte mal von Ich weiß halt nicht, ob jetzt hier Mein Schweinestall sein soll Oder bleiben soll 34 Ich komme wieder Keine Sorge Müssen wir mal gucken, ob irgendwie was kaputt ist Reparieren Äh Oh Oh Gebäude überlappen An- und ausschalten Warte, ich muss jetzt mal Ah Ich habe noch Kohle hergestellt Ich gucke mir das auch für die nächste Folge mit den Trophäen an Jetzt haben schon ein paar geschrieben Ich habe aber leider nicht alles lesen können Aufs Rede Komm, wir gehen mal schlafen Was bringt das denn jetzt, wenn keiner anders schlafen geht? Tag wird es doch jetzt nicht, oder? Bequem 4 Ausgeruht 11 Ich weiß ja nicht Ich glaube nicht, dass sie schlafen gehen Es gibt auch keinen Global Chat Ich kann Enter was schreiben, aber nichts Emote Reset spawnen Spawnpunkte zurücksetzen Kill me Selbstmord schreien Oder flüstern Okay Okay, dann müssen wir so weitermachen Könnten ein bisschen Licht Äh, platzieren Ah Rechtsklick ausmachen Alles klar Jetzt habe ich es Okay Oh, da kommt ein blauer Äh, du Lappen Milde Gabe Dankeschön Einepnen Das ist wahrscheinlich einfach nur befestigen Das ist wahrscheinlich Weg, oder? Das macht dann gar nichts Schade Ich kann nur entweder oder machen Ich bin ja vorst Aber wenigstens wird es ein bisschen heller hier. Den Stein geworfen! Komm her, du Lumpen! Haha! Ich muss unbedingt eine Palisade bauen. Nein, ich habe schon wieder Kohle hergestellt. Oh, ich stehe im Bett. Ich will aber schlafen gehen. Ich glaube, wenn alle schlafen gehen, würde es funktionieren. Aber ich habe leider kein Global Chat. Global? Huhu? Ne. Aber es ist gut, dass es einen Bereichs-Chat hat. Ich finde, ein Bereichs-Voice-Chat wäre jetzt noch geil. Das gehört meine Schweine! Helga und Bernd! Irgendwas sind die ausgeflippt. Ruhig, Helga. Ruhig, Bernd. Wegen dem Licht doch nicht. Wegen der Fackel? Das kann sein. Wegen dem Licht vielleicht. Die haben immer Angst vor Feuer. Ah, jetzt geht's wieder. 53 Prozent, es wird. Die machen wir noch weg. Okay. Oh, Mann. Boah, die hört sich immer an wie Löwen oder so. Das werden immer mehr, ne? Wie sieht denn aus mit dem Schild eigentlich nochmal? Yeah, geil! Und das hohe Holz in das Schild geht auch hier mit Schwarz-Rot. Geil, wir müssen in der Arena bauen. Dann machen wir da Kämpfe. Ja, ha, ha! Geil! Aber ist leider nur entweder oder, oder? Kann ich auch die Fackel nehmen? Guck mal, ich kann mit der Fackel kämpfen. Hö! Kämpfe ich halt mit der Fackel. Ist sowieso besser. Okay, dann haben wir das. Pass auf, Leute. Ich mache jetzt hier Schluss und dann gucke ich mal gerade wegen dem Anpflanzen und dann machen wir nächste Folge weiter, würde ich sagen. Und ich warte mal, dass es hell wird. Tür schließen! Schlafen gehen. Bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein! Bis zum nächsten Mal. spaß Java ,